Waltraud, die Realistin. Ich bin nicht abhängig, ich werde von diesem Arsch, ich werde links weg. Irgendwann bringe ich ihn um. Maria Köstlinger und Jürgen Maurer wollen heiraten. Diese Nachricht kommt nicht ganz so überraschend, wie manche vielleicht denken. Denn die beiden Vorstartschauspieler kennen sich schon sehr lange, da die jeweiligen Töchter seit dem Windelalter beste Freundinnen sind. Damals ist Köstlinger aber noch glücklich mit Karl-Heinz Hackl verheiratet, den sie 2014 tragischerweise nach langer, schwerer Krankheit verliert. Rund ein Jahr später wird spekuliert, ob sich die TV-Beauty in ihren Vorstadtweiber-Costa Jürgen Maurer verliebt habe. Schließlich war er in der schwierigen Zeit immer für sie da. Bestätigt wird die neue Liebe aber erst 2017. Ich glaube, Karl-Heinz ist da oben sehr glücklich darüber, dass da jetzt jemand ist, der Melanie und mich beschützt und liebt, sagt Köstlinger im Seitenblicke-Talk. Ihre beiden Töchter Melanie und Mara stehen derzeit im gut gebrüllt Jugendtheater am Wiener Himmel auf der Bühne. Köstlinger führt Regie, Maurer hilft in der Produktion. Schon bald hat die Patchwork-Familie auch ein neues Zuhause. Denn zurzeit bauen sie ihr gemeinsames Traumhaus.